Ich verfolg den mal, mal gucken. Vielleicht ein Abstauberkill direkt zum Anfang. Oder ich sterbe, man weiß es nicht. Ich bin ganz schön tief, ich schaff's nicht mehr zum Hingebäude. Ich bin nicht ganz so tief. Ja, aber ich lauf gleich rüber, ich geh zuerst die Tankstelle looten und dann lauf ich rüber. Gut, ich bin auch nicht im Hingebäude gelandet, weil da keine Waffe obendrauf war. Ja, perfekt. Erstmal sechs Minis gekauft, dann so ein Automat. Ja, moin. Ich geh ins Maingebäude, komm schon aufgreif. Ja, ich mach hier grad noch ne Kiste auf. Ja, so ein Team-Mate kommt da grad. Den sieht man. Von wo kommt denn der? Ja, der kommt von da vorne, wo ich grad hinschaue, da. Okay. Da wo ich grad hinschaue. Kiste abchecken. By the way, hier ist noch ein Biggie. Ich weiß nicht, was das für eine Woche ist. Ich kenn den, wo ist der Biggie? Ja, nicht, dass ich deswegen noch war. Der Biggie ist grad einfach verschwunden. Na ja, das war der was weggeflogen. Jetzt ist er weg. Hast du dir den Biggie genommen? Nein. Da ist einfach Ratten-B Jessica verschwunden. Ich find's geil, dass das Bounce ver endspiel ist. By the way, hier ist noch ein Biggie. wir haben bleibt sein team erhält ich würde das was ich konnte jetzt sehe ich das ist ja okay da ist echt viel los hinter dir in einem habe ich okay also von von hinten könnten gleich noch welche kommen habe ich jemanden muss ich habe ich ja schon dabei hatte zehn stück jetzt habe ich jetzt habe ich fünf dabei und sind wir beide wir können ja weiter vor mir bei dir nicht kommen es ist ein bord da hinten geht es auch ab und da auch genau das auf der geschichte ich habe es gesehen da ist noch eine das war alle aber noch auf der anderen seite und das schneiden ganze zeit und ich denke ich gerne wieder und wenn noch nicht dann kann ich noch mitnehmen dann habe ich dann habe ich voll ich habe noch drei mit kitzel war nice schon mal besser als letzte als letzte runde direkt drei kills und da sehe ich ihn aber da kann auch nichts machen wenn da zwei leute gleichzeitig sind da muss er sich für einen entscheiden was hat der für eine sniper nur eine blaue du hast du dort zu spielen ok thank you noch ein medkit liegt da rum aber du hast schon drei glaube ich ja ich habe nur einen einzigen schuss für die sniper das war das was komplett die jüngle immer noch mal empfehlen ich habe eine blaue und ich hab grad der mensch bekommen ein weg das ist dass man von so jemandem auch noch der mensch bekommt hat der hat irgendjemand hier hallo ist doch ein witz irgendjemand muss doch hier sniper muni haben wieso fragt es nicht mich auf 94 schuss ach so ich dachte du hast nichts ich habe genügend position ich habe okay bei allem unter obwohl bei der mp da habe ich sogar genug diese day könnte noch was sein aber ich weiß nicht mit dem kann dann noch schüsse das war leer naja hinten halt um der sieg rum da waren noch schüsse da müssen wir erstmal ein bisschen laufen habe ich jetzt nicht unbedingt bock zu ich auch nicht frösche digga keine ahnung wer das in fordner braucht lol ich habe jetzt das kraft nur umgetabelt dass man normale waffen zu denen wie früher machen kann ja mein sagen sturmgewehr könnte ich machen aber für was das ist ein normaler ey da ist das zum upgraden ja das ist dringend oh nice hier liegt ein biggie rum dann bin ich wieder voll ich habe nur 80 nur 80 gold da kommt einer mit auto ich höre es sind ausgestiegen wo genau markiert wo lassen wir irgendwo laufen da sind bäume im weg da kann ich die nicht snipen sniper noch eine ja warte sind sie nicht ja wo sind die wo sind die so schnell eng gelaufen digga einfach ein huhn alter ist die sohn weit weg ja wir können mit jump pad ich habe eins ja nice sollen wir ja definitiv hier wurde schon abgebaut ja dahin warte da ist ein ufo über mir das ist ganz groß ist ja sowieso ja aber da fliegt er ans ist es nicht sagen kämpft ja eigentlich irgendjemand so kann man die leute beim camp erwischen ich sehe aber keinen ey die truen werden sogar angezeigt da ist sogar noch eine truhe ne mein ich dachte er wäre leer gelootet hier ne halt wirklich ich sehe da welche ich sehe da welche oh wie kann der nicht getroffen haben zwischen den füßen durch manu und oh mein gott ist halt direkt in holy hedges das ist schon mal ein überblick haben aber vorsichtig könnte jederzeit eine hinterheit oder so kommen jetzt ist da so einer trennung gibt uns beide ein paar ja gut bei der welt da ist ein ufo und da sind die definitiven spieler das zwei ufos zwar das könnte problematisch wäre oh mein gott hinter uns hinter uns hinter uns noch mal rufen scheiße ich hoffe das hat uns nicht gespottet wir sind aber in der zone jetzt ja ich glaube das ist die anderen rufus angreifen da direkt falls denke ich mal da ist das genau das ist auch sagen wir hingehen danke dafür sorry das ist doch vom haus aus schauen wo die gegner sind wenn sie dann abschießen ich sehe ich sehe man da hinten irgendwo irgendwo in die richtung habe ich etwas gesehen weiß nicht was es war bei der way nur noch sechs gegner und die ufo sind weg ich sehe kein einziges ufo mehr das ist auch gut diese kiste regt mich auf die politischen hätte ich gar nicht gehört ich habe sechs minis das mal ein bisschen hier hin die sind safe alle am schimmel 100 pro da ist kein einziger ja dann sind sie wahrscheinlich halt da hinten kann gut sein ja ich muss aber warten wie sich das ding wieder aufgelaufen hat die sind da da läuft keiner hab ihn ok der hat es nicht mal gerafft ja 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 niemand wird dich wieder bewegen ab einen gut ey da hinten ist das ufo das alles kaputt war nur noch vier gegner gut lass mal move bisschen ab 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 da hinten da kommt einer da kommen die da kommen die da kommen die die pass auf da sind viele da sind viele 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 pass auf davis pass auf die sind beide im haus die sind beide im haus die sind beide im haus bis zu von hinten von hinten immer von hinten lässt du die zonen moven die kommen müssen ja nach kommen ja ja also scheiße Dekapeten! Ich bin einfach fest Lassdorf berufen. Lass Kattir bleiben. In der Zone. Reiß, reiß. Reiß, reiß. 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 Lass Kattir bleiben. In der Zone. Reiß, reiß. Reiß. Sorry. Ich hab dich eingebaut. Ich hab mich rausredet hier. Ey, nein. Bro, ich nix. Ah, das hinterm Stein. Okay. Er hat mich fast gesnipelt bekommen. Scheiße. Es ist viel zu viele Metzer drauf. Wir werden von hinten. Oh, ja. Ich hab's gemerkt. Er hat mich angehittet. Jetzt kommen die von beiden Seiten. Unter uns. Einer hat HIT. Fliegen weg, fliegen weg. Fliegen sie weg. Fliegen sie weg. Ja, nach da hinten. Oh. Welche, so wix. die ganze Wix sind einhai, ich hab's in der Nähe. Du hast fast alle Metzer braucht. Witz in Wiggi. Ich auch. Ja, aber ich will in Wiggi ich meinte. Mettkipp, das Mettkipp. Eieaaah. Fist euch doch. ja er trifft halt dadurch genau er trifft durch alles durch diga ich baue die ganze zeit gegner trifft durch alles durch so lächerlich anders hier und das ist weiß sein dass unter uns ich kann nicht bauen spiel legt wir müssen jetzt noch zu dem jetzt habe ich keine märz mehr jammer den ein hab ich der der auf uns geschossen hat und weiß ja ja schon wieder ruhig angehittet man ich habe keine mini faste für mich ein ja warte wie viel brauchst du immer geht immer gleich zwei direkt gegenüber von uns ja ich hab's gesehen scheiße sturm auch keine märz mehr habt ihr habt doch noch märz ich hab fast keine ich drück mir den bg so lange ich kann jeder hp ich hab leider gar nichts mehr zum heilen sind zwei minis einer ist direkt bei uns hat mir gegeben scheiße einer läuft irgendwo rum bei uns unter mir unter mir ich hab mir kurz zum wäge ich bruchte recht rein da ist er ja da hat er gerade gar keine chance da sind wir gerade bei der auf ihn drauf hat er genügend stein noch pass auf pass auf pass auf hat's gesehen er hatte für mich vier meds vier meds hatte er für mich 700 stein hat damage fall damage da komme ich gewünscht scheiße der ist ganz oben ja mit mir warte ich komme mit nach oben pass auf davis pass auf nur dass ich keine märz mehr habe kratze überlebt soweit scheiße der kann mich ja die sie holen jetzt er hat 105 war hit der ist der slow life der slow life und ich drück mit ich komme runter hat scheiße das scheiße die und das direkt in der zweiten runde die wir spielen nice youtube-video incoming digga nice was eine geile runde